Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Async.io in Python. Heute wollen wir uns angucken, wie man mit Queues arbeitet. Ihr kennt vielleicht Queues noch aus Multiprocessing und Multithreading. Und ja, natürlich gibt es sowas in Async.io auch und deswegen zeige ich euch das natürlich. So, zunächst einmal, das ist das Alte, wo man auch tatsächlich definitiv so nutzen kann. Also keine Sorge, ihr müsst keine Queues benutzen. Das ist definitiv ein gutes Pattern, so wie wir das hier gemacht haben. So kann man das wirklich tun. Wir wollen jetzt aber natürlich noch beide Möglichkeiten uns angucken. Und deswegen sagen wir hier auch Async.io main.io dazu. Quasi eine alternative Main, ja. Und selbstverständlich runnen wir dann auch hier unten diese Main.io. Und genauso wie oben packen wir hier quasi alles rein, was wir hier brauchen. Das ist natürlich vor allem dann sinnvoll, wenn ihr häufiger mal denselben Task habt oder einfach mehrere Tasks hintereinander ausführen wollt und quasi so ein Management-Tool in der Hand haben wollt. Denn ja, das ist mit Async.io.gather nicht wirklich so komfy, sage ich jetzt mal, wie man das mit einer Queue machen kann. Okay. Was wir jetzt hier also in Main 2 machen ist, wir schreiben eine Queue ist gleich Async.io.queue. Ja, Queue auf Englisch Queue. Und hier haben wir dann im Endeffekt Producer und Consumer. Producer, die bauen uns einen Task oder im Endeffekt, die sind ein Task, der Items baut und die Consumer, die konsumieren diese Items, also verwenden sie irgendwie. Das heißt, diese Consumer sind natürlich auch ein bisschen von den Producern abhängig. Das heißt, die Consumer können erst laufen, wenn die Producern durch sind, okay. Relativ simpel und da wie gesagt Async.io nicht wirklich multi-threaded ist, haben wir hier auch kein Thread Safety in der Queue drin, ja. Das heißt, wenn ihr mit Multi-Threading hier tatsächlich arbeiten wollt, müsst ihr nochmal extra aufpassen. Diese Queue hier ist nicht Thread safe. Die ist nur asynchron und eben nicht für Multi-Threading gedacht. So, okay, also wir sagen jetzt hier einmal Producers ist gleich und jetzt machen wir hier eine Liste draus. So, und jetzt bauen wir uns hier quasi mit Async.io Tasks. Tasks ist das neue große Konzept, was ich euch auch vorstellen möchte. Create Task und hier sehen wir auch gleich schon, der Parameter ist eine Koro, eine Koroutine. Habt ihr vielleicht gerade ganz kurz gesehen, ich mach das nochmal kurz weg hier. Nein, 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 nein. So, Koro. Koros sind Koroutinen und das hört sich jetzt mega fancy an, aber im Endeffekt ist das Ding hier auch schon eine Koroutine. Alles, was Async.io hat, ist eine Koroutine. Es gab früher mal eine andere Variante, wie man Koroutinen definiert hat. Das war in Python 3.4 und gibt es eigentlich immer noch. Fällt aber in Python 3.10 und ja, das steht jetzt schon fest, fällt das raus. Das heißt, das Ding ist deprecated, deswegen zeige ich euch das nicht mal. Macht das einfach auf diese Art und Weise. Das ist auch die bessere davon. So, und ja, dieser Task hier, der ist jetzt im Endeffekt, nun ja, der macht halt was. Das heißt, wir schreiben jetzt hier Prod oder, nee, wir schreiben nicht Prod, Prod kann mit Prozedur oder sowas oder irgendwas verwechselt werden. Wir machen hier ein Produce und zwar sagen wir hier, wir geben dem Ding eine ID und ganz wichtig, wir müssen dem die Queue übergeben, damit er weiß, zu welcher Queue er eigentlich oder für welche Queue er Dinge produzieren soll. In der Queue werden quasi die Sachen gespeichert. Das heißt, die Dinge, die fertig produziert sind, habt ihr in der Queue zur Verfügung, während, ja, wenn ihr die Queue nicht habt, dann könnt ihr sie nicht da rein speichern. Ja, die Consumer können nämlich erst dann laufen, wenn die Producer fertig sind. Das heißt, wir müssen hier die Queue definitiv übergeben und die ID ist einfach nur, damit wir eine Referenz auf das Ding haben. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal vor, naja, jetzt können wir hier eine Anzahl an Prozessen mitgeben. Ähm, ich sag jetzt hier einfach mal die Anzahl von diesen Dingern ist einfach mal 42, ja. For N in Range, äh, Quatsch, nicht for N in Range, sondern for ID in Range N, so rum. Okay, so, ähm, nächstes, also Produce natürlich fehlt uns die Methode noch, die kommt nachher. Producer haben wir jetzt eigentlich gemacht, da müssen wir jetzt so noch das hier schreiben. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Consumer und dann eine Möglichkeit, die beiden zu verbinden. Und das geht eigentlich quasi genau gleich, nur dass wir die Dinger jetzt hier natürlich Consumers nennen. und die haben eine Methode, die nennt sich Consume, die kriegt auch wieder eine ID und die Queue natürlich und die produzieren wir oder haben wir auch. Ihr könnt ja auch verschiedene Anzahlen von Consumern und Producern haben, da seid ihr überhaupt nicht limitiert, ja. Ihr könnt ja auch immer einen mehr haben oder einen weniger oder wie auch immer ihr das eben haben wollt. So, und was wir jetzt machen ist eigentlich relativ simpel. Wir sagen, hey, mach hier weiter, wenn die Producer fertig sind, das heißt Await. Async.io, Async.io.gather und jetzt sagen wir hier einfach, jetzt nehmen wir gerne alle, einfach alle Producer, die sollen mal durchlaufen, ja. Die sollen hier einfach mal weitermachen. So, das heißt, wir sagen, alle Producer in der Liste, die Liste wird ausgepackt, das ist dieser kleine Stern und die werden gegathert. Das ist im Endeffekt das, was wir hier oben auch gemacht haben, für die einfach mal alle aus. Und wenn irgendeiner von denen sleept oder irgendwie halt gerade Zeit braucht, dann führen wir die nächsten Producer aus und so weiter und so fort. So, und das nächste, was wir machen ist, wir warten, bis die alle fertig sind. Das heißt, wir sagen hier queue.join. Damit warten wir oder damit sagen wir der queue, lass erstmal die Producer durchlaufen. Wenn die alle produziert haben, dann können wir konsumieren. Und dann sagen wir hier einfach, hier nach sollen auch gleichzeitig alle Consumer wieder beendet werden. Und das Tolle ist nämlich hier dieses Join, das wartet auch indirekt automatisch auf die Consumer mit. Und wieso, werden wir gleich sehen. Das ist nämlich das Coole da drin. Wir müssen jetzt hier unten allerdings noch die ganzen Consumer beenden, die ja einfach, also Consumer baut man normalerweise so, die verwerten einfach alles, was die Producer produzieren. Und ja, die laufen quasi einfach unendlich durch, okay. So, dann sagen wir hier forc in Consumers. Und sagen hier, wir wollen diesen Consumer eben canceln. Okay. So, jetzt brauchen wir noch die beiden Methoden hier, produce und consume. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Das heißt, wir sagen hier selbstverständlich ein Async-Dev-Produce mit einer ID und einer Queue. Und die ID ist, ja, ich mache hier mal tatsächlich den Typ hinten dran, hinter die Queue. Async-IO.queue ist der Typ von dem Teil. Und jetzt sollte ich das natürlich hier auch noch angeben, damit ich weiß, was die Typen generell sind in der Methode. Dann bekomme ich nämlich auch Vorschläge für meine Queue. Das ist ganz toll. Die kann ich nämlich hier definitiv brauchen, wenn ich das möchte. Oder wenn ich euch was zeigen möchte. So. Und der Producer, naja, was macht denn der jetzt? Der macht folgendes. Der sagt, ich produziere eine zufällige Zahl und packe die in die Queue rein. Für Zufall brauchen wir zunächst einmal Random, Import Random. Okay. So. Was wir jetzt allerdings hier noch künstlich einfügen, ist Sleep Time. Das ist einfach eine gewisse Zeit, in die der einfach schlafen soll. Und zwar Random.randint zwischen 0 und, sagen wir mal, 5. Das sollte nicht allzu lange dauern dann. Genau. So lange soll der jetzt schlafen hier. Und zwar sagen wir jetzt hier Await. Async-IO.sleep. Und hier packen wir die Sleep Time rein. So. Und danach wird einfach in diese Queue tatsächlich was reingesteckt. Das heißt, wir sagen hier Queue.put. Und jetzt packen wir hier irgendwas rein. Ähm, naja, was machen wir da wohl rein? Irgendeine zufällige Zahl. Random.randint von 0 bis 42. So, wichtig ist jetzt allerdings, dass wir hier bei der Queue auch wieder drauf warten müssen, dass wir das in die Queue reinstecken können. Denn es kann sein, dass ihr Dinge in die Queue reinpackt, aber die Queue gerade noch von anderen beschäftigt ist, ja. Das heißt, irgendein anderer Producer packt gerade was in die Queue rein oder irgendein Consumer nimmt sich gerade was aus der Queue. Und währenddessen ist die einfach safe für sich, ja. Die ist quasi einfach asynchron. Und die kann man natürlich dann auch wunderbar übers Netzwerk betreiben, okay. Das heißt, da kann man sagen, hey, ich hole mir Daten aus dem Netzwerk. Das mache ich zum Beispiel hier. Und die packe ich dann in die Queue rein, die vielleicht auch im Netzwerk läuft, ja. Kann man alles machen. Okay. Und genau, dann haben wir es eigentlich auch schon. Ihr könnt ja auch übrigens mehrere Items in die Queue reinpacken. Also dieses awaitqueue.put. Das ist nicht limitiert auf ein Item. Ihr könnt hier so viele Items, wie ihr wollt, reinpacken. Das machen wir jetzt allerdings nicht. Wir sagen jetzt hier nur noch, wir sind hier fertig am Producer. Und zwar, welcher ist das? Producer mit der ID ist fertig. Fertug. Fertug. Wer kennt es nicht? Fertug. So. Okay. Und jetzt brauchen wir natürlich selbstverständlich noch den asynchronen Consumer. Das heißt, wir sagen hier Async Dev Consumer. Halt, stopp. Consume. Ebenfalls mit einer ID vom Typ Int. Und ebenfalls mit einer Queue vom Typ AsyncIO.queue. So. Und ja, genau. Was wir jetzt hier drin machen, ist, wir konsumieren unendlich viele Objekte. Weil wir nicht wissen, wie viel die Consumer eigentlich erstellen. In unserem Fall jetzt eindeutig nur ein Objekt. Ja, aber ich kann hier genauso gut reinschreiben. For i in Range. Ups. Random.randint. Ja. Von 0 bis 5 oder sowas. Dann habe ich eine zufällige Anzahl an Elementen. Und ich habe keine Ahnung, wie viele da eigentlich drin sind. Das heißt, mein Consumer muss eine variable Anzahl an Objekten konsumieren können. Und das machen wir natürlich mit einer Wild-True-Schleife. Ja, wir wissen ja auch nicht, wie viel die anderen schon konsumiert haben. Also wir haben ja mehrere Consumer. Und wir können nicht sagen, wie viel diese anderen Consumer konsumiert haben. Wir wissen auch eigentlich gar nicht, wie viele Consumer wir haben. Das sollte alles auch überhaupt nicht abgezählt werden. Und deswegen machen wir das so. So, hier drin sagen wir jetzt als allererstes, wir schlafen wieder mal eine Weile. Und zwar machen wir das quasi identisch wie hier oben auch. Damit wir hier einen gewissen... Habe ich das Awake nicht mitkopiert? Ah, doch, habe ich. Damit wir einen gewissen Zufall drin haben. Das heißt, wir schlafen eine Weile. Dann konsumieren wir wieder ein Item und so weiter und so fort. Und ja, dieses Item konsumieren, das machen wir folgendermaßen. Wir printen es einfach aus. Ja, das heißt, wir sagen hier Consumer mit der ID, String von der ID, hat das Element und dann natürlich das Element Q.get. So, nein, nein, das wollte ich nicht. Erhalten. So, und jetzt wird euch was auffallen. Q.get muss natürlich auch asynchron sein. Ja, das heißt, wir müssen das hier rauskopieren und in eine Variable reinschreiben. Also sagen wir hier ganz einfach, ähm, var ist gleich Q.get. So. Und hier packen wir jetzt einfach die var rein. Und hier vorne dran können wir jetzt, ohne dass wir irgendwie Schwierigkeiten bekommen, einfach await schreiben. Und schon ist alles in Ordnung. So, und wenn wir damit fertig sind, dann müssen wir noch ganz kurz unserem Task sagen, dass wir fertig sind. Das heißt, der Q müssen wir mitteilen, dass wir jetzt mit diesem Element var einfach durch sind, ja. Wir brauchen das nicht mehr. Und deswegen sagen wir hier Q.task done. Fertig. Und dann kann quasi das nächste Item auch wieder gelesen werden. Hier oben zum Beispiel, äh, hier zum Beispiel über Q.get. Ja, und wenn wir das jetzt ausführen, dann merken wir was. Und zwar, hier haben wir jetzt eigentlich bloß die Producer fertig, ähm, fertiggestellt. Und wir sehen, dass die alle absolut zufällig fertig sind, ja. Die werden quasi einfach irgendwie laufen lassen, dadurch, dass sie halt natürlich asynchron auch schlafen. Und die Consumer kommen gar nicht dazu, hier, ähm, irgendwas zu machen. Da fällt mir gerade was auf, ich habe diese var nicht konvertiert. Die muss ja natürlich auch noch hier, ähm, in einen String verwandelt werden. So, was wir jetzt also machen, ist folgendes. Ähm, wir schreiben uns hier einfach noch ein, ah, nein, Moment mal. Dadurch, dass ich hier oben String vergessen habe, von diesem, von dieser var, kann ich jetzt tatsächlich hier das einfach nochmal neu laufen lassen. Weil ich dachte nämlich auch genau richtig jetzt, dass der Consumer hier eigentlich direkt alles mitmacht, ja. Der wird einfach direkt mitproduziert. Wenn ich die Producer habe, dann kommen die Consumer automatisch mit. So, und die Consumer, wie wir hier sehen können, na, die Consumer bekommen einfach direkt die Items, wenn der, ähm, wenn die Producer fertig sind hier. Das heißt, die Producer produzieren mir hier gerade, ähm, 0, 22 und so weiter und so fort. Und die bekommen hier einfach diese zufälligen Zahlen in, ähm, in diese Liste rein oder in diese Queue rein. Und die Consumer können sie halt einfach konsumieren, ja. Und da sehen wir immer einen Balk an, ähm, erstmal einen Balk an Producern immer und dann immer einen Balk an Consumern. Was einfach daran liegt, dass die halt einfach eine gewisse Zeit lang, ähm, schlafen und dann wachen die halt plötzlich alle auf. Also es gibt quasi welche, die schlafen halt 0 Sekunden, 1 Sekunde, 2, 3, 4 und 5. So, und, ähm, genau so ist das eben hier oben auch gewesen. Da haben wir einfach diesen Rand inzwischen 0 und 5 gewählt und, beziehungsweise es war nicht einschließlich, aber es gibt halt ein paar verschiedene Arten. Es gibt aber nur ganze Zahlen, ja. Ich habe hier nicht gesagt, wähle irgendeine Zahl zwischen 0 und 5, sondern wähle ganze Zahlen, okay. So, und deswegen gibt es halt welche, die schlafen halt 0 Sekunden, manche schlafen halt 1 Sekunde und so weiter und so fort. Und ebenso ist das bei den Consumern hier auch. Und dann wacht eben immer ein Teil auf und der nächste Teil erwacht gleichzeitig und die anderen schlafen noch ein bisschen länger und so weiter. Und ja, dadurch haben wir hier immer diese Blöcke an dem Ganzen. Wenn ich jetzt das hier vergrößern würde auf, sagen wir mal, 1.000 und dann teilen wir allerdings hier die Sleep Time durch 1.000, sonst muss ich ewig warten. Dann sieht das ein bisschen anders aus. Achso, stopp, stopp, stopp. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich das nur da unten mache. Wo sind wir? Hier oben zwischen 0 und 1.000 und dann sagen wir hier die Sleep Time durch 1.000. So. Dann starten wir das Ganze. Und jetzt sehen wir hier, die Producer und die Consumer wechseln sich hier jetzt deutlich besser ab. Da ist jetzt eben nicht mehr dieser eindeutige Block-Teil da vorhanden, dass eben immer einige Consumer und dann einige Producer und so weiter und so fort. Sondern eben hier zum Beispiel zweimal Consumer und dann wieder einmal Producer, wieder einmal Producer und so weiter und so fort. Also ziemlich, ziemlich abwechselnd hier. Und das ist eigentlich ziemlich schön. So. Und unser Projekt läuft jetzt auch mittlerweile durch und dauert insgesamt nur 1,237 Sekunden. Während die gesamte Sleep Time, wenn wir mehrere, also wenn wir 42 mal 2 Prozesse haben, weil die Producers sind 42 Stück, die Consumers sind 42 Stück, dann können wir davon ausgehen, dass hier die Sleep Time im Durchschnitt deutlich länger war. Äh, nicht im Durchschnitt, aber wenn wir alle akkumulieren, also quasi alle Sleep Times aufeinander rechnen, dann liegen wir da deutlich drüber. Ähm, das heißt ja, hier schon relativ sinnvoll, das Ganze so zu machen, denke ich mal. Und ja, es kann euch echt einiges bringen. Wie gesagt, Async.io ist vor allem dann nützlich, wenn ihr große Wartezeiten habt. Also über IO. Nicht irgendwie, weil die Rechenaufgabe so anspruchsvoll ist, sondern wirklich, weil irgendwelche Peripheriegeräte sehr, sehr lange brauchen. Denkt da zum Beispiel an Networking oder an eben Dateiübertragung, Kopiervorgänge, ähm, 3D-Drucker, ähm, I don't know, was könnte man noch mit langen IOs nehmen? Drucker generell, warum 3D-Drucker ausschließlich? Drucker generell brauchen halt eine halbe Ewigkeit für allen Shit. Ähm, solche Sachen kann man super mit Async.io machen. Und ja, mit der Queue kann man eben jetzt auch Variablen hin und her schubsen. Das ist ziemlich cool. Alles klar, das war's mal wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.